Alter! Heute erzähle ich mal wieder einiges über mich, was ich ja sonst auch tue, aber heute gibt es ein paar neue Dinge über mich, vielleicht auch ein paar alte Dinge über mich, aber ach egal, nochmal. Hey zusammen, willkommen zu einem neuen Video von mir und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute erzähle ich euch wieder ein paar neue Dinge über mich. Ich hoffe, es sind neue Dinge. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und los geht's. Ich schlafe immer, egal ob es kalt oder warm ist, bei geschlossenem Fenster. Das geht für mich gar nicht, wenn das Fenster offen ist. Ich will ja nicht sagen, dass ich schwierig bin, aber das Fenster muss beim Schlafen immer geschlossen sein. Ich habe Sommersprossen, zwar nicht viele, aber mögen tue ich sie nicht. Die größte Sache, die ich nicht abkann, ist, wenn ein Mensch zu pingelig und zu ordentlich ist. Man weiß erstens nicht, wo darf man sich wirklich hinsetzen, darf man überhaupt einen Krümel fallen lassen, ohne sich zu schämen. Und ehrlich, ich kenne solche Leute und wenn ich esse, will ich nicht sagen, dass ich immer krümel, aber ja, meistens ist das leider so. Ich trage eigentlich fast immer bauchfrei und das werde ich so lange tun, bis ich das irgendwann nicht mehr kann. Mein chinesisches Sternzeichen ist Büffel. Ich bin Optimistin und lache eigentlich immer und es gibt selten schlechte Tage bei mir, egal wie schlecht das Leben ist. Auch wenn die Welt schlecht ist, sollten wir sie nicht schlechter machen, als wie sie schon ist. Und man sollte das Beste aus seinem Leben machen und das versuche ich täglich, auch wenn es mir nicht immer gelingt. Ich bin manchmal schon sehr eigenartig und seltsam, so bin ich. Das bedeutet nicht, dass ich ein schlechter Mensch bin. Ich glaube aber schon an das Übersinnliche. Ich glaube nicht an Hexerei. Also ich bin kein Mensch, der draußen bei Vollmond sitzt und irgendwelche Bräuche ausprobiert. Aber ich denke schon, dass es Menschen gibt, die eine besondere Aura haben und die vielleicht etwas mehr können als andere Menschen. Daran glaube ich. Ich brauche jeden Morgen eine Stunde mindestens für mich. Also ich muss den Wecker immer eine Stunde früher stellen. Angeblich bin ich kein anpassungsfähiger Mensch. Leider muss ich das bestätigen. Ich wollte das zuerst nicht wahrhaben, aber ich ecke zu gerne mit Leuten an. Manchmal auch unbewusst. Und ich mache zu gerne meinen Mund auf. Das ist leider wahr. Manchmal versuche ich mir das zu verkneifen, aber ich kann es nicht. Ich kann es manchmal nicht. Mein Lieblingsbuch ist Wenn Liebe fremd geht, der richtige Umgang mit Affären. Denkt euch nichts Falsches. Das Buch ist von Ulrich Klement, aber das Beste mit das Beste, was ich je gelesen habe. Und mein Lieblingsfilm ist Inception von, ja hier, Dingsbums, Dingsbums von Leonardo DiCaprio natürlich. Ich glaube an Wunder und ich glaube auch, dass jeder Mensch ein Wunder vollbringen kann, egal wie groß oder wie klein das Wunder ist. Jeder kann wundervoll sein und jeder Mensch, egal ob er Geld hat oder auch nicht, kann ein Wunder vollbringen. Ein Mensch kann nur dann reich sein, wenn er Menschlichkeit besitzt, wenn er Liebe schenken kann, wenn er Zuneigung zeigt, ja, wenn er Freude, Glück teilen kann, wenn er auch Leid ertragen kann. Das ist für mich ein Mensch sein. Es gehört natürlich viel, viel mehr dazu, aber ein Mensch muss Mensch sein. Ich bin 1,66 cm groß oder auch klein. Ich habe eine Luftballonphobie, das bedeutet, sobald ich Luftballons sehe, halte ich mir meine Ohren zu, weil ich Angst habe, dass diese Luftballons platzen. Es war früher noch schlimmer und gerade dann, wenn kleine Kinder so an den Luftballons kratzen, das ist für mich so, ich denke, nein, mach das nicht, bitte nicht, das ist quasi nicht, mag ich nicht. Das meiste Geld habe ich in meine Zähne investiert, ich glaube fast 7.000 Euro, ehrlich, wow. Aber ich bin endlich fertig und ich bereue es nicht. Ich brauche nur einen Sponsor oder so, ja. Am liebsten kaufe ich bei Asos ein und ihr wisst gar nicht, wie viel Geld ich da schon gelassen habe. Ich schlafe grundsätzlich immer mittig, muss aber auf der rechten Seite einschlafen, ja, weil das anders nicht geht. Ich liebe Karamellsirup. Wenn ich ein Latte Macchiato bestelle, dann nur mit Karamell. Wenn ich bei Starbucks bin, egal, egal was, Hauptsache mit Karamell. Ich bin leider ein sehr ungeduldiger Mensch und wenn ich was will, dann am liebsten sofort, also nichts mit Überraschungen und Tokus Pokus. Und wenn du zu Hause bist, bei mir klappt das nicht. Ich muss es wissen, ja, ich bin einfach zu ungeduldig. Ja, und das war's. Das waren ein paar neue Dinge über mich oder vielleicht auch ein paar alte Dinge über mich. Ich glaube, einige wissen sehr, sehr viel über mich und, ach, egal. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Passt auf euch auf und wir sehen uns bald wieder.